Bettina Langner Sexualentwicklung von Kita-Kindern Aus der Reihe Die kleinen Hefte als Hörbücher Gelesen von Ursula Berlinghoff und Klaus Feste Ein paar Worte vorab Sexualfreundliche Begleitung in der Kita Die dreijährige Paula liegt zum Mittagsschlaf in ihrem Bett und reibt mit wachsendem Vergnügen, hochrotem Kopf und schweißnassem Haaransatz ihren Kuschelteddy zwischen den Beinen Der einjährige Tom liegt auf dem Wickeltisch quietschend vor Freude über das luftige Gefühl am Popo Er wird gestreichelt und umsorgt Und plötzlich fällt mein Blick auf sein versteiftes Naja, Sie wissen schon, was ich meine Zwei im Prinzip ganz alltägliche und typische Situationen zu Hause und in der Kita Und doch wecken diese ganz besondere Gefühle Und es schießen uns haufenweise Gedanken und Fragen durch den Kopf Das kann doch nicht sein In dem Alter Ist das normal? Habe ich was falsch gemacht? Was soll ich jetzt sagen? Wie soll ich reagieren? Empfinden Kinder schon so etwas wie sexuelle Lust? Die Medien suggerieren uns, ganz locker über alles reden zu können Sexuelle Offenheit, soweit das Auge reicht Doch der Eindruck täuscht oftmals Und das vor allem in Bezug auf Kinder und Sexualität Da stoßen wir schnell an unsere Grenzen Das ist doch noch viel zu früh Die Kinder sind und sollen unschuldig bleiben Und vor allem sollen sie auf keinen Fall überfordert werden Wen wollen wir da nicht überfordern? Die Kinder? Oder vielleicht doch eher uns selbst? Die Sexualität von Kindern ist eben kein Thema wie jedes andere Zu vielen anderen pädagogischen Bereichen reicht es, Bücher zu lesen Und schon haben wir ein Bild davon, wie wir diese im Alltag umsetzen können Um die Kinder zu fördern Sexualität, beziehungsweise die kindliche Sexualität Ist jedoch kein rein sachbezogenes Thema Es betrifft jeden persönlich Wir werden mit unseren eigenen Einstellungen, Haltungen und Vorerfahrungen Negativen wie positiven konfrontiert Hemmungen, Unsicherheit, Ängste, Scham und Schuldgefühle Sind schon sehr machtvolle Gründe, dem Thema lieber aus dem Weg zu gehen Deswegen gehört zu allem Hintergrundwissen Auch die persönliche Auseinandersetzung Es ist entscheidend, sich darüber klar zu werden Was sie selbst unter Sexualität verstehen Mit welchen Bewertungen und Haltungen sie ihr begegnen Die Betrachtungsweise der Kinder ist da vom Ursprung her schnell beschrieben Vorurteilslos, vollkommen unbefangen, spontan und neugierig So erobern sich die Kinder die Welt Mit dieser Sichtweise erhält man schon eine Ahnung davon Dass sich die kindliche Sexualität nicht mit der von uns Erwachsenen vergleichen lässt Die Ausdrucksformen und Merkmale sind sehr vielfältig und facettenreich Und gehen weit über Geschlechtsteile, Geschlechtsverkehr und Fortpflanzung hinaus Aber dazu später mehr Im Grunde genommen können wir es uns gar nicht aussuchen Ob wir sexuelle Erziehung betreiben oder nicht Jeder, der mit Kindern zu tun hat, ist sexualpädagogisch tätig Ob sie ein Verhalten oder Thema ignorieren und tabuisieren Oder fördern und unterstützen Es hinterlässt einen Eindruck und prägt ein Kind Es baut Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein auf Oder lässt es erst gar nicht entstehen Es schafft Freude am und Bewusstsein für den eigenen Körper Es kann aber auch Scham, Selbstzweifel und Sprachlosigkeit fördern Oder entstehen lassen Als Grundlage hilft es, Sexualität als eine Lebensenergie zu verstehen Die von Geburt an wirksam ist In diesem kleinen Hörbuch finden Sie eine Menge Hintergrundinformationen und Handlungsmöglichkeiten Sie erhalten Antworten auf viele und vielleicht sogar auf alle Ihre Fragen Welche Merkmale zeigen sich in welchem Alter? Wie auf Doktorspiele und Selbstbefriedigung reagieren Was zulassen und wo Grenzen setzen? Wie sollen auch schon für die Kleinsten die Geschlechtsteile benannt werden? Was sollten Kinder in welchem Alter Überzeugung, Schwangerschaft und Geburt wissen? Warum ist sexualfreundliche Erziehung so wichtig? Und was hat das alles mit der Prävention von sexueller Gewalt zu tun? Ich werde Ihnen nicht sagen, wie Sie ab morgen zu reagieren haben Denn jede Situation und jeder Mensch sind anders Ich werde Ihnen aber Schritt für Schritt das Thema kindliche Sexualität näher bringen Damit Sie Ihre eigenen authentischen Handlungsmöglichkeiten entwickeln können Lassen Sie sich auf eine Erkundungsreise in Ihr Inneres, die Sichtweise der Kinder Und die spannende Vielfältigkeit dieser Thematik ein Es sind so viele einfache und kleine Dinge, mit denen Sie die Kinder sexualfreundlich begleiten Und dabei unterstützen können, sich zu ausgeglichenen, starken und selbstbewussten Persönlichkeiten zu entwickeln Darüber hinaus wird es Ihnen auch leichter fallen, diese Thematik und Ihr pädagogisches Handeln nach außen hin Sicher und souverän zu vertreten Nicht weniger will ich erreichen Viel Spaß dabei! Sie hörten Sexualentwicklung von Kita-Kindern von Bettina Langner Aus der Reihe Die kleinen Hefte als Hörbücher Gelesen von Ursula Berlinghoff und Klaus Fester Copyright der Buchausgabe 2019 Cornelsen Verlag GmbH Copyright der Audiofassung 2019 CC Live München Informationen zu diesem und weiteren Hörbüchern finden Sie im Internet auf der Verlagswebsite www.cclive.de